Die Liebe übern Huss Wie spielst du dich? Nein, ich glaub, es ist hier wohl Und wo man auch wohnt Samma Schwestern und Pferden Und wo man auch wohnt Steht doch vorne am Rand Geh mein Tod Unverstehmeins wieder Mama, so leicht geht ma so So leicht geht ma so Ich liebe es! Come on! Mama, kust ma so Warum san mir Menschen so wie ma sind Warum brennen wir alles nieder in se Erden Is ja alles, was wir haben Wo man letzten Bock und die ganzen Baum vergiftet hat Wär man merken, dass man gehört Getfressen kann Und wo man auch wohnt Und wo man auch wohnt Samma Schwestern und Pferden Und wo man auch wohnt Steht doch vorne am Rand Und wo man auch wohnt Geh mein Tod Unverstehmeins wieder Mama, so leicht geht ma so So leicht geht ma so So leicht geht ma so Sie fand das noch! Danke! Jawoll! Jawoll! Wie heißt ihr denn? Also ich bin die Hanna und ich bin die Lisa Hanna und Lisa Genau, ich bin 13 Jahre alt Und ich 15 Und wir kommen aus Österreich Die Harmonien waren super gut Und das erinnert mich ein bisschen an meinen Bruder Ich sing auch mit ihm sehr oft Und ich finde dann Findet man die Harmonien viel besser Es ist so wie Es passt einfach Man kann sich erklären Und das haben wir direkt gehört Auf jeden Fall Und ich finde in meinem Team Wärt ihr super super gut aufgehoben Weil ich hab wirklich alles Und bei mir ist wirklich Platz Für jede Kultur Für jeden von euch Jede Stimme Und das wäre wirklich super Danke! Als Schwestern Euer Spektrum Also das was ihr so singt Geht jetzt über die Volksmusik hinaus Oder? Das hing ja jetzt so ein bisschen dazwischen Ich glaube das ist eher Austropop Okay, verstehe Ja, so heißt es bei uns Aber singt ihr So heißt es auch bei uns So wie Ketop Singt ihr auch auf Englisch? Oder? Ja, wir singen eigentlich alles Und auch normale Pop Lieder Singen wir auch auf Englisch Und ja Wahnsinn Also ja Team Marlboro steht bereit Offen Und ready Ja, Team Michi und Smudo natürlich auch Hier sind wir Und wenn es schwierig wird Dann können wir euch ja aufteilen Ja, genau Richtig Wir sehen uns sowieso in den Battles wieder Jetzt ist es an euch Ihr beiden Ihr könnt euch gerne nochmal kurz beraten Ja, wir beraten uns jetzt mal ganz kurz Ich hab die sapfen Lippen gelesen Oh Gott Du sollst doch nicht Lippen lesen Ich seh gar nicht soweit Doch, doch Ahnst du Schlimmes? Ich glaub wir sind soweit Ja bitte Also wir würden gerne zu Alvaro gehen Yeah So, ich hab was für euch Hanna und Lisa Vielen Dank Willkommen in Team Alvaro Hanna und Lisa Woh 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 Vielen Dank Kampels zu übergommah Wir sehen uns in den Battles Wir sehen uns in den Battles Wie ist das? Woh Woh